Ich heiße Nimoa Hollenetz und bin acht Jahre alt, aber bald nun. Ich erkläre über die Drachen und den Geheimdiensten des Drachen und der Welt. Das sind die Vorlagen, die man besitzt. In der Schule versuche ich auch oft, welche versuchen Drachen in meinen Herzen zu kommen. Ich habe es mir selbst beigebracht. Das ist meine absoluten Lieblingszüge. Ich habe zwei Drachenabmalbücher, wo auch das Musik herkommt und so steht. Und ich kann mir auch ein paar Dokumentationen anschauen. Super. Ich habe jetzt acht am Drachen gezeigt. Vielleicht kannst du es noch einmal bewerten. Für mich ist mir ein Drachen so voll, ich halte ihn auf der Kamera. Also ich hatte so Drachen, die schauen so ähnlich aus. Aber ich stehe mehr auf die brutaleren Exemplar. Ist das zum Beispiel ein brutaleres Exemplar? Ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ich habe auch eins von der, ja, der essentielle, das beste Wort. Da habe ich auch noch so Drachen für die Jüngeren. So ein Beispiel. Und so einen. Das ist hoffentlich einige Züge. Ja. Ich kenne mich dann noch nicht so gut aus, was es da alles so gibt, aber... Ja, aber ich werde schauen, wo ich mitmachen kann und so viel besser. Schokolade und Zitrone. Ich bin so gut aus, weil ich bin mir von der Inhalte die Essen noch nicht lange ziehe. Wie funktioniert das denn? Es ist ein Alkratz. Ich bin so gut, dass ich mich nicht so gut und mache. Ich bin so gut auszettet. Und du bist so gut auszettet.